Die Hörbuchfunktion in Audiels TuneBud Premium ermöglicht dir, Hörbücher in ein Format deiner Wahl zu konvertieren. So hast du bei der Wiedergabe keine Einschränkungen mehr und kannst deine Hörbücher auf jedem deiner Geräte genießen. Auch das Archivieren stellt somit kein Problem mehr dar. Das Ausgabeformat kannst du selbstverständlich frei wählen. Neben einer rekordverdächtigen Vielzahl an Audioformaten bietet dir Audiels 12 auch viele vorkonfigurierte Geräteprofile. Die neue Ansicht mit Gerätebildern verschafft dir einen angenehmen Überblick, sodass du dein Wunschgerät schnell findest. Natürlich kannst du nicht nur Dateien ausgeben, sondern auch direkt eine Audio-CD brennen. Dies dient dem Zweck, dass du virtuelle Kopien von deinen Hörbüchern erstellen kannst. Du kannst sogar auswählen, ob du dein Hörbuch lieber als eine komplette Datei oder in einzelne Kapitel unterteilt abspeichern möchtest. Während des Prozesses gleicht Audiels die Dateien mehrfach mit der Quelle ab, bis das Ergebnis perfekt und die höchstmögliche Qualität gesichert ist. Diese clevere Methode erspart dir aber nicht nur Qualitätsverlust, sondern verkürzt auch den Konvertierungsvorgang merklich. Du siehst, Audiels 12 bringt deinen Hörbuchkonsum auf ein komfortables Level und lässt dich deine Hörbücher immer und überall genießen. Selbstverständlich sind all diese Funktionen auch in Audiels TuneWert Platinum und Audiels One enthalten.